Warum können wir nicht in die Ferien? Mein kürzest Film, Heimschule bei Klugscheißers ist entstanden, nicht fast alle meine autobiografischen Docs. Ich stelle die Kamera auf, lasse endlos laufen, hoffe auf Magic Moments und schneide dann mit meinem Cutter Daniel Charbois gnadenlos auf Pointe. Das Schwierigste war mit diesem Sauhaufen hier zu arbeiten, schwierig war, dass ich nie Lehrer gelernt habe und dann brach aus mir der Zürcher Protestant heraus, es brach aus mir das Alphatier raus, das auf den Tisch geklopft hat, was nichts nützt, weil die schon abgehärtet sind und das schon kennen. Den Film kann man sehen auf Schweizer Fernsehen und im Internet. Schnauze.